Ich möchte Ihnen heute die Anwendung des Skindalgen Facelifting System demonstrieren. Das System besteht aus drei Produkten, einer Reinigungsmilch, einer Maske und einer Feuchtigkeitslotion. Die Maske harte total auf der Haut aus, lässt sich aber ganz leicht mit Wasser wieder abspülen. Wir starten mit der Reinigung des Gesichts. Das ist das Produkt mit der Eins. Einen Klacks auf den Finger. Jetzt tragen wir mit den feuchten Fingern die Maske auf. In kreisenden Bewegungen von unten nach oben, auch auf den Finger und mit Wasser feucht machen. In kreisenden Bewegungen von unten nach oben, auch auf den Finger und mit Wasser feucht machen. Und schon stellen wir unseren Bäcker auf 25 Minuten. Jetzt nehmen wir mit einem feuchten Schwamm oder einem Tuch das Ganze wieder, die Maske wieder auf. Und zum Schluss nehmen wir die Feuchtigkeitslotion. Auch wieder einen Klacks auf die Finger und unter kreisenden Bewegungen von unten nach oben reinkriegen. Ja, da sind wir auch schon fertig. Das ist eine ganz einfache Anwendung, die jeder zu Hause jederzeit selber machen kann. Ich danke Ihnen vielmals für Ihre Aufmerksamkeit.